Film ab, film ab, 1, 2, 3 Wir haben Spaß mit Carla und Kai Kommt alle mit, 1, 2, 3 Hier ist noch frei bei Carla und Kai Kommt alle mit, 1, 2, 3 Hallo, ich bin Kai, der Maikäfer, Maikäfer Hallo, ich bin Carla, die Kakerlake, Kakerlake Das ist unser Blog. Wir reisen viel. Wir schreiben Artikel. Wo ist es schön? Wo ist es nicht schön? Log in. Wo sind wir im Moment? Aua! Was ist das? Oh, eine Zeitung. Wo sind wir? In England? Oh, wir sind wirklich in England. Wir haben so viele Reisen gemacht. China, Indien, Thailand, Japan, USA, Australien. Jetzt sind wir wieder in Europa. Ich bin müde. Carla ist müde. Typisch Carla. Nichts Neues. Aber der Plan war gut. Von Australien zurück nach Europa fliegen. Hm, wir sind in England. Meine Mutter hat gesagt, in England regnet es. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Jeden Tag. In England essen alle Fisch und Pommes. Jeden Tag. Oder? Kinder tragen eine Schuluniform. Richtig? Aber nicht am Samstag und Sonntag. Ja, ja, ich weiß. Aber was sagt deine Mama weiter? Alle Leute trinken Tee mit Milch. Jeden Tag. Sicher? Nein. Schau. Der eine Mann trinkt Cola. Der andere Mann trinkt Kaffee. Ja, nur die Frau hat Tee. Was sagt deine Mama noch? Sie sagt, England hat eine Queen. Aber du kannst sie nicht jeden Tag sehen. Aber sieh mal. Da, da, da ist die Queen. Sicher? England ist doch anders, als meine Mama sagt. Das kann ich sehen. Schau mal, da drüben. Schau mal, da drüben. Guck mal, die Krähe hat dem Mann auf die Schulter gemacht. Oh nein, schrecklich. So eine freche Krähe. Und hast du das gesehen? Es hat nur ein bisschen geregnet. Die Kinder haben Bananen gegessen. Die Männer haben Cola und Kaffee getrunken. Ja, und wir haben die Queen gesehen. Naja, vielleicht. Das war lustig. Ich finde, es ist schön hier. Ja, nicht schlecht. Hey, wir bleiben hier. Nein, was ist das? Hilfe! Keine Panik. Wir machen die Klappe zu. Alles gut. Nur eines ist nicht gut. Ich mag die Krähe nicht. Die Krähe ist gefährlich. Wir sind in England. Das Wetter ist gut. Wir haben die Queen im Auto gesehen. Eine Schule ist in der Nähe. Es ist schön hier. Nur die Krähen sind gefährlich. Film ab, film ab. Eins, zwei, drei. Wir haben Spaß mit Carla und Kai. Kommt alle mit. Eins, zwei, drei. Hier ist noch frei bei Carla und Kai. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020